Für den großen deutschen Sympathieträger die besonderen Daumen gedrückt. Ach, super, eins. Elf. Identisch. Brrt, brrt. Super. 18 hin zu 19 in der Zwischenzeit. Der ist ganz nah dran, da ist kaum ein Unterschied zu der Runde von Harry Swalders. Mir gefällt jetzt dieser zweite Abschnitt, aber von einem Daniel Däuser sogar noch ein bisschen besser. Und er geht volles Risiko, nicht nur auf den Ochser, sondern jetzt auch auf die letzten Meter. Wir schauen auf die Zeit mit 36, 37. Ist er, ist dieses Gefühl, was wir hatten in der zweiten Hälfte, nochmal so ein bisschen aggressiver zu agieren als ein Harry Swalders. Es ist tatsächlich so, dass er schneller ist. Der Sieger aus Aachen, meine Damen und Herren, da hatte er Killer Queen vorgesehen. Schiebt sich jetzt mit Tobago, wie der an die Spitze, also einem Grand Slam. Immer näher werdend, das hier nach dem Landen, wie schnell.